Hallo Kinder! Toll, dass ihr alle da seid! Kennt ihr auch schon alle das neue Programm von 4 vor 12? Das hat einen ganz tollen Namen! Das heißt, das ewige Leben in anderthalb Stunden. Boah, ich bin voll noobie! Ja, ja, und ihr müsst da natürlich auf jeden Fall hin, denn Lachen macht gute Laune! Ja, und eure Mamas müsst ihr mitbringen, und eure Papas, und den neuen Freund von der Mama, und den Bewährungshelfer von Papa, ja, und natürlich euer Sparschwald! Ja, das wird ganz, ganz toll! Und dann können wir zusammen singen und lachen und einen ganz tollen Abend haben! Ja, und ich bin natürlich auch da, und ich freue mich schon ganz doll auf euch! Ja, ja, und das wird total super! Und bis dahin dann! Tschö! 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 Tschö!